Gut, ich geh trotzdem vor. Warte, Musik geht's auch aus. Musik auch aus. Bisschen lauter machen. So. Kann man nicht schubsen mit der Crowbar. Wartet auf mich. Hallo, wo ist denn der Ghost Detector jetzt hin? Äh, hört ihr das? Ist denn nichts? Wenn ich losse den ersten aus irgendwie ungewollt. Ja, geh aber. Ah! Was war das? Der Ghost Detector hat gewusst. Oh! Oh, shit! Gut, gut, weiter. Langsam, ganz ruhig, ganz ruhig. Weißt du, was echt mein Vorteil wär? Wenn ich die ganze Zeit den Ghost Detector in jede Ecke haust. Ich glaub, der verliert dadurch an mir und guck. Das muss ich mir in real life so vorstellen. Das so'n... Das... Sorry. Das so'n Gerät... Das... Das lefattet dir den Arsch. Und was machst du? Und haust du einfach gegen jede Wand? Hehehehe. 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 Warte, mach mal Platz da. Hehehehe. 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 Ich habe noch die Augen zu, ich mach die Augen nicht auf! Ich mach die Augen nicht auf! Okay, okay, es ist alles gut, alles gut. Warte, nein, lass... Oh! Nein! Ey, passt auf, dass wir... Na ja, so hast du Schaden ausgemacht schon. Aber nicht, dass wir uns jetzt umbringen. Hier ist Blut. Hallo! Oh! Ey, ich hab ein Loch gefunden. Echt? Kann man nach unten, ja. Ich weiß aber nicht, ob ich dann nach unten sollte. Ah, okay, ich hab mir schon vorgelaufen. Ich hab ein Loch gefunden, aber dann kann ich nach unten. Ich weiß aber nicht, ob ich dann nach unten sollte. General, kommst du nach draus? Ah, da! Oh, das? Oh. Ja, gut. Okay, das ist ein großes Zeichen, also haben wir irgendwas. Hilfe! Dann wieder aufgehört. Hast du das gerade gehört? Ja. Ich glaube... Hast du das gerade gehört? Ja, hab ich. Damm von hier rechts. Dann gucken wir mal nach. Ähm, da steht jemand. Grin. Ich dachte nicht, dass das funktioniert! Was ist das? Oh, wer von euch hat denn deine Fackel jetzt geworfen? Sky? Fick dich, ey. Du bist ne Fotze, so schön. Ähm, komm mal. Alter. Doch. Hm. Doch, und dafür. Was? Ja, Sky. Sky, wir spielen eine andere Map, die mag ich nicht. Die hat zu wenig Jumpscares. Ich bin übrigens hier. Ja. Ja. Ich bin übrigens hier. Ja. Ich bin übrigens hier. Vielen Dank.